Moin, moin, meine lieben Steam Deck und Handheld-Freunde da draußen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf Steam Deck Checker. Ich bin's, euer Fabi. Und vor etlichen Wochen durfte ich ja schon den Lin von GameStar Tech hier zu Gast oder als Gast begrüßen. Und er ist wiedergekommen. Tatsächlich, er traut sich wieder zu mir. Das ist echt eine Seltenheit. Nein, Quatsch beiseite. Ich freue mich auf jeden Fall, dass Lin heute wieder da ist, weil in den letzten Wochen ist doch schon wieder ein bisschen was passiert auf unserem geliebten Handheld-Markt. Und darüber reden wir heute nochmal. Schönen guten Abend, Lin. Hi Fabian, grüß dich. Schön, wieder hier zu sein. Ich freue mich auch, dich wieder hier begrüßen zu dürfen. Hoffe, dir geht's soweit gut. Ja, mir geht's gut, dir auch. Alles klar. Das freut mich. Also, ja, das Wetter schlägt ja langsam um. Sommer ist vorbei. Deswegen, ich sehe schon, du hast schon einen Rollkartenpulli an. Ich bin noch ein bisschen, weil ich habe schon ein Vorgespräch erwähnt. Ich hatte eben mit meinem Sohn zwei Stunden Fußball gespielt. Ich bin dementsprechend noch gut vorgeheizt. Ich brauche noch keinen dicken Pulli hier bei mir im Keller. Das läuft soweit. Lin, was hast du denn seit der vergangenen Zeit so an Spielen gezockt? Oh. Was auf, ich habe Remnant 2 mit meinen Freunden gespielt. Da bin ich immer noch ein bisschen dran, weil da kam jetzt erst ein neues DLC raus. Und ich selber, für mich selber spiele gerade Like a Dragon Infinite Wealth. Das ist praktisch der neuste Ableger der Yakuza-Reihe. Also, früher hieß es Yakuza, jetzt heißt es Like a Dragon. Genau. Ja, cool. Ansonsten das Übliche. Also, ab und zu spiele ich hier mal immer noch Tekken-Fighting-Games. Gerade probiere ich meine, wie sagt man, meine Finger in Guilty Gear aus. Oh. Ja, Guilty Gear Strive. Und, ja, ansonsten, ich glaube, das war es, ja. Und du? Also, ich hatte jetzt zuletzt meine Zeit sehr, als wurde es sagt, es war Fighting-Games. Ich hatte auch mal ein paar Abende verdaddelt, wenn man es mal so nennen möchte, hier mit der Compilation von Capcom, Marvel vs. Capcom. Da gab es ja so eine große Compilation, hat auch mal wieder recht Spaß gemacht, weil eins meiner absoluten Lieblings-Fighting-Games war X-Men Children of the Atom. Das hatte ich damals auf dem Sega Saturn gezockt. Und das Spiel bleibt mir immer wieder im Bewusstsein, weil das Spiel hatte ich damals gebraucht gekauft gehabt auf dem Flohmarkt. Und das hatte so einen Kratzer auf der CD. Und ich musste das Spiel immer, ich musste immer einen sogenannten Laufwert-Swap machen, um das Spiel starten zu können. Also, an bestimmten Stelle klappe auf, den Laser verschieben, wieder runter, damit ich das Spiel starten konnte. Das habe ich so eine Viertelstunde versucht. Und das war damals noch ohne Internet. Das war vor dem Krieg, wie ich immer so schön zu sagen pflegte. Das war so ein Tipp, den hatte man sich dann aus irgendwelchen Sega-Magazinen oder weiß der Geier, was es damals gab, so rausgefischt gehabt. Also, deswegen, das Spiel musste ich unbedingt mal wieder spielen. Und ansonsten begeistert mich nach wie vor, Cyberpunk spiele ich sehr, sehr viel. Until Dawn habe ich jetzt endlich mal durchgespielt, im ersten Mal in meinem Leben. Ja gut, ich habe auch nicht so viele überlebt im ersten Durchlauf, wie ich geplant hatte. Also, da muss ich definitiv noch mal bei. Und, ähm, was mich jeden Abend immer so, sag ich mal, eine Viertelstunde, eine halbe Stunde immer wieder momentan begeistert, ist Lucky Tower Ultimate. Kenne ich gar nicht. Was ist das? Das ist, das ist, also, das gab es schon mal vor zehn Jahren oder so, Lucky Tower. Du bist da so ein Typ, das ist so ein bisschen auch humoristisch. Du bist halt nach obersten Spitze von dem Turm. Das ist halt ein Rogue-like quasi. Und du kämpfst dich durch das Level, musst unten rauskommen am Turm. Und das verändert sich halt immer wieder und ist halt auch total crazy. Also, es hat einen sehr cartoonartigen Style. Eher so, wie man so kennt, diese, ähm, satirischen Zeitungscartoons. Weißt du, diese Einbilder-Dinger. Also, so vom Zeichenstil her. Und, ja, absolut schwarzer Humor. Und, äh, macht einfach Spaß, weil immer wieder stirbst du auf die abstrusesten Arten und Weisen. Und ich glaube, das ist auch von einem deutschen Entwickler, das Spiel. Ähm, ich glaube, kostet ein Zehner oder so bei Steam. Und das macht einfach echt Laune. Also, kann ich echt nur sagen. Wie ist das Little Tower? Ja? Little Tower? Lucky Tower. Äh, Lucky Tower. Okay, muss ich mir mal sagen. Lucky Tower Ultimate. Ähm, die hatten, ich, jetzt komme ich nicht auf den Namen, welches Spiel sie davor gemacht hatten, die Entwickler. Da muss ich jetzt echt mal ganz, ganz schnell zu, äh, Google greifen. Weil die hatten davor ein Spiel gemacht, der Entwickler. Das war jetzt nicht so der Burn-up. Aber das Spiel hatte doch durchaus Aufmerksamkeit, äh, bekommen, weil es, ähm, so, äh, speziell war. Muss ich echt gerade mal gucken, wie der Entwickler hieß, bisschen was, das Spiel. Da müssen wir mal ganz kurz einen kleinen, äh, Exkurs machen, nennen wir es mal so. Und zwar, die hatten das Spiel gemacht, das ist das Studio Seufz. Und die hatten davor das Spiel so Longing gemacht. Ach, das kenne ich. Genau. Genau. Und so diesen Zeichensstil muss man sich da auch ungefähr vorstellen, aber mit einem absolut schwarzen Humor. Also, es ist ein super Spiel, Lucky Tower Ultimate. Kann ich nur empfehlen. Sehr cool. Macht echt Laune mal so zwischendurch. Vor allem, dann hast du auch immer wieder Begleiter, die du, äh, so zufällig kriegst. Und, ja, dann kannst du halt mit allen Dingen kämpfen. Sei es mit einer Laustange oder einem Brokkoli und, 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 und. Also, das ist so ein abstruses Spiel. Macht einfach Spaß. So. Das ist aber zum Thema, was wir derzeit zocken, bevor wir zu weit ausschweifen. Ähm. Ja, Handhelds ist ja wieder viel passiert. Gerade durch, ja, Gamescom vielleicht gar nicht mal so viel. Aber auf der IFA ist mal so einiges passiert. Ich hab's leider zeitlich nicht dorthin geschafft. Aber Lin war dort. Und Lin... Ich war dort. Du warst da, genau. Und du hast ein paar Impressionen, sag ich mal, mitgebracht, bist du mal so ein paar Eindrücke sammeln können über einige Handhelds. Ja, vielleicht magst du einfach mal anfangen zu erzählen und dann gucken wir mal, wo uns die Reise hintreibt. Ja, klar. Also, äh, fangen wir vielleicht, äh, direkt. Also, es wurden zwei, äh, drei Handhelds, ähm, gezeigt auf die IFA. Ja, jedenfalls hab ich drei, äh, wichtige dort gesehen. Vielleicht gab's irgendwo noch einen Stand mit irgendeinem Hersteller, den ich nicht kannte oder so. Aber auf jeden Fall drei wichtige. Ähm, und wir fangen vielleicht direkt mit dem an, der mir am meisten in Erinnerung geblieben ist. Und zwar, das war die, oh Gott, äh, Techno Pocket Go. Ja. Ähm, das Besondere an diesem Handheld ist, also, es ist auch wie alle anderen Handhelds, die jetzt gerade auf dem Markt sind, ein tragbarer PC. Also, da steckt, äh, ein Ryzen 7, 8840... Schlag mich tot, ja. ... oder so drin. Ja. Ähm, also, sprich, von der Leistung her sehr ähnlich wie Asus Rock Ally, Novo Legion Go und so weiter. Ähm, selbe, äh, GPU, selbe Grafikeinheit da drin. Ähm, Windows 11 ist drauf. Aber das Besondere an diesem, äh, Gerät ist, äh, der gesamte PC steckt in einem Controller. Und da ist kein Bildschirm verbaut. Gut, jetzt fragt man sich natürlich, okay, wie kann das in der Handheld-Konsole sein ohne einen Bildschirm? Der Clou an dem Ding ist, ähm, an diesem Controller steckst du eine Videobrille an, die im Lieferumfang, äh, mit enthalten ist, über USB-C. Und dann wird dir das Bild praktisch vor die Augen, äh, projiziert. Das ist praktisch wie eine EA, EA-Brille. Ähm, das, die Displaygröße, die man so wahrnimmt, ist auf jeden Fall Richtung dreistellig. Ähm, ja, ich glaube, ich hatte gelesen von 215 Zoll. Das klingt, glaube ich, schon ordentlich. Also, selbst wenn es 100 Zoll entsprechen sollte, ist ja natürlich auch schon eine Hausnummer. Ja, also, ich weiß nicht, ob wirklich, ob es auf 215 Zoll kommt. Es war auf jeden Fall sehr groß. Ähm, groß genug, sag ich mal. Äh, die Qualität war auch, ähm, ja, die Farben waren toll, die Schäfe war gut. Ich meine, das sind Mikro-OLED-Bildschirme, die sind gut auf jeden Fall. Ja, und dann hast du halt keinen Bildschirm, du blickst durch diese Brille, hast den Controller in der Hand und so zockst du dann praktisch. Ähm, ja, das fand ich sehr interessant vom Konzept her. Äh, wie ist das denn so? Ich kenne das nur von VR-Brillen, bisher die ich mal so ein bisschen benutzt habe. So eine Videobrille an sich habe ich noch nie ausprobiert. Ähm, wie ist das? Du hast ja in der Regel, so eine VR-Brille ist ja ein geschlossenes System, sag ich mal, ne? Wie ist das mit, wenn du jetzt in so einem hellen Raum sitzt, normale Beleuchtung, weil irgendwie kommt doch doch ein Licht von den Seiten, sag ich mal, unterhalb der Brillenränder durch. Ist das arg störend? Das kann ich mir... Wie gesagt, ich habe da leider noch gar keine Erfahrungen mit. Ähm, es kommt schon durch. Also es ist nicht so ein abschließendes Erlebnis wie bei einer VR-Brille, wie du sagst. Ähm, es... Aber es stört nicht so arg, wie man glauben mag. Ähm, wenn du in deinem Peripherbereich blickst, also du schaust so praktisch ein bisschen nach unten, dann merkst du schon, okay, da sind Lücken, da kommt ein bisschen Licht durch. Aber diese Mikro-OLED-Panels, die in diesen Brillen verbaut sind, ähm, ich sag mal, die sind gut und hell genug, ähm, dass dich das nicht stört. Also, äh, ich denke mal, wenn diese Panels deutlich, sagen wir mal, dunkler wären, dann, ich glaube, dann würde es vielleicht ein bisschen mehr stören. Aber so richtig Probleme mit Streulicht hast du nicht wirklich. Ähm, ja. Ja, du kannst es dir so vorstellen, vom Aussehen her, äh, wie als wärst du in einem dunklen Raum. Mhm. So sieht das aus. Also, du siehst praktisch sehr viel schwarz. In der Mitte ist dann praktisch die, äh, das, die Displayfläche. Und es sieht ein bisschen aus, als hättest du einen Kinosaal für dich selbst. Also noch so ein bisschen Licht von der Seite her, wie man es in manchen Kinosälen kann. Ah, okay. Ja, genau. Genau, genau, genau. Ich muss sowas unbedingt mal ausprobieren, definitiv. Gerade, weil es sie jetzt ja auch gibt, wie ich es gelesen habe, mit Dioptrieneinstellungen und sowas. Ja, genau. Weil ich will nicht, ähm, das ist ja bei einigen Brillen, ich hatte da jetzt ein Vorfeld, äh, schon mal ein bisschen recherchiert gehabt. Es gibt dann halt Brillen, dann kannst du dir Linsen machen lassen, vom Optiker und, und, und mit so Einsätzen. Und da habe ich ja schon gar keinen Bock drauf. Ähm, also da muss ich mich definitiv nochmal mit beschäftigen. Wie ist das denn bei dieser Brille, dann mit den Texten, sag ich mal, wenn du jetzt zum Beispiel, ich glaube, du hattest mal im Vorgespräch erwähnt, du hattest Forza Horizon oder so angespielt. Ähm, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Also generell mit Texten, also Bildschirmanzeigen, ist das alles top lesbar oder wird das dann schon schwierig? Ich hatte, ähm, also die haben dort nur Forza Horizon gezeigt. Ähm, ich habe durch die Brille auch die Menüs bedient, erinnere ich mich daran. Und ich hatte da keine Probleme auf jeden Fall. Ja, krass. Also wie gesagt. Aber ich glaube, das kann von Person zu Person variieren. Ähm, also diese Brille, die die mir dort gezeigt haben, ähm, dort konntest du Dioptrien einstellen. Das war dann sehr, sehr praktisch. Dann konnte ich das praktisch auf meine Augen anpassen. Ähm, ich hatte davor die Lenovo Legion Glasses. Das sind praktisch, ähm, das ist auch eine Videobrille. Ähm, die man zum Beispiel an den Legion Go anschließen kann. Und, äh, weil diese Videobrillen über USB-C angeschlossen werden, kann man sie zum Beispiel auch an einen Laptop anschließen, der, ähm, Video Out über USB-C unterstützt. Und ich habe es mir als Experiment genommen, einfach mal einen Tag lang damit zu arbeiten. Also Texte zu tippen und so weiter. Und, äh, alles, was in der Mitte von deinem Blickfeld ist, das ist scharf. Alles, was so drumherum war, ähm, da hattest du so eine, so eine verschwommene Vignette, so ein bisschen, und auch so ein bisschen chromatische Aberrationen, also so, so Farbsäume, die du an den Texten gesehen hast. Ach, das ist natürlich schlecht, ja. Ja, das war nicht so, auf jeden Fall. Klingt schon fast wie so ein Gleitsichtbrilleneffekt, so sag ich mal. Ja, ja, also wenn du bei Games Chromatic Aberration anschaltest, mit Verzerrung, äh, und so weiter, so ähnlich sieht das aus. Okay, ja, das, das muss man mögen, ne? Also ich, das ist so eins dieser Effekte, die ich gerne mal ausschalte, kommt aber ein bisschen mal aufs Spiel drauf an. Ähm, genau. Ähm, wie ist das? Ich frage jetzt auch mal für die Zuschauer, ich, äh, stelle ich mich mal ein bisschen zu doof. Äh, so eine Videobrille, läuft die mit Akku oder wird die komplett über USB-C jetzt zum Beispiel in dem Fall mit Strom versorgt? Den eigenen Akku? Äh, die werden in der Regel, äh, also auf jeden Fall war es bei den Legion Glasses und bei diesen von Techno Mobile so, dass die über USB-C den Strom beziehen. Das heißt, die haben keinen eigenen Akku, du musst es nicht selber aufladen, aber das sorgt natürlich auch dafür, dass der Akku vom Gerät, äh, schneller, ähm, leer geht. Allerdings würde ich, ähm, bezweifeln, ob das jetzt schlechter wäre für die Akkulaufzeit als ein eingebautes, großes 7-Zoll-Display. Ja, also wenn du jetzt das 7, das ist ja das Schöne bei Windows-Handheld, sag ich mal, du kannst ja sagen, ich will beide Displays, internes und externes Display anhaben, ich nutze das manchmal für Aufnahmen, oder sagst du natürlich nur das Externe, was ja gerade bei Dockingstation ja auch Sinn macht und bei einer Videobrille wird es jetzt recht Sinn machen, weil du siehst den Handheld ja eh nicht mehr vor Augen. Ich glaube, das wird sich akkutechnisch wirklich nicht viel nehmen. Also ich glaube, das ist eher in messbaren als in spürbaren Bereich, also vielleicht so 5-10 Minuten plus, minus, würde ich jetzt in meiner grobe Schätzung, also, weil vielmehr kann da so ein Ding ja gar nicht an Strom verbrauchen, weil es ja nochmal, sind zwar zwei Panels, aber zusammengerechnet, jetzt sag ich mal, für Grobmathematiker sind es ja auch nicht mehr als 7 Zoll oder so zusammen, ne, also, eher weniger. Deutlich kleiner. Eben, eben. Meine Güte, das sind jetzt nicht so diese Riesenbrillen, wie man sie kennt aus dem Modebereich. Ähm, genau. Ansonsten, ähm, wie, wie, wie sie, hattest du eigentlich die Möglichkeit, mal diese, diese Apple VR-Brille auszuprobieren? Du meinst Division Pro? Division Pro, genau. Oh, nee, nee, hab ich nicht. Da hätte mich jetzt mal, wäre jetzt schön gewesen, weil so, weil da ist ja der Preis ja wirklich heiß, ne, ähm, da, wie da man sagt, okay, also, also, für Spielende und Unterschied würde ich jetzt nicht merken, das wäre jetzt mal interessant gewesen, aber ich hab das Ding auch noch nicht in die Hände bekommen, mich jetzt ja schon Angst fallen zu lassen, oder so, da brauchst du ja eine gute Haftpflicht bei dem Gerät. Ähm, und ich finde den Preis, der ist halt sowieso nicht massenmarktkauglich, das muss man ja sagen, bei der Vision Pro. Ähm, aber dann kommt ja die Techno Pocket, wie hieß sie, Techno? Ja. Pocket Go? Ja, genau. Und das ist noch nicht mal der schlimmste Name von den Handheads, wie ich finde, die auf der Epa-Patreten waren. Äh, die wird ja preislich dann aber schon gut und gerne bei über 1000 Euro knapp wohl liegen, ne? Ähm, also, da war ein Mitarbeiter von Techno da, der mir das alles gezeigt hat, äh, damit ich die Brille auch ausprobieren kann und so weiter. Ich hab ihn erstens gefragt, kommt das Gerät nach Deutschland? Und zweitens, was wird das denn ungefähr kosten? Ähm, er hat mir für beide Fragen schon eine Antwort geben können, aber nichts Konkretes. Also, es soll nach Deutschland kommen? Ja. Ähm, sie planen Ende dieses Jahr oder Anfang nächstes Jahr. Äh, und es soll auf jeden Fall vierstellig kosten. Das heißt, ja, also, ich schätze mal 1000 bis 1100 Euro. Ähm, man kann sich das Ganze so vorstellen, du kaufst dir einen, ähm, einen Handheld-PC, die kosten ja um 700 Euro und dann haufst du da noch eine Videobrille drauf, dann kommst du bei 1100 Euro raus. Also, ja. Du hattest, glaube ich, auch schon mal, wie du es schon sagtest, die Lenovo Glasses ausprobiert gehabt, als auch jetzt diese und bestimmt hattest du auch nochmal ein, zwei andere Videobrillen, äh, im Test, sag ich mal. Ähm, weil gerade diese Kombination aus Handheld und Brille und dann 1000 Euro, eine gute Videobrille, liegt es ja im Schnitt eigentlich auch schon so bei 500, 600 Euro würde ich jetzt mal so grob anpeilen. Ist die denn von der Qualität her so, dass man sagen kann, es wäre dann inklusive Handheld für 1000 Euro ein Top-Angebot oder wo du sagst, naja, dafür ist die Brille aber halt nicht so gut oder so, weißt du, das ist ja so dein, also dein Ersteindruck? Ähm, also ich finde, ich, äh, das Gerät ist cool, auf jeden Fall. Der PC steckt in dem Controller drin und dann hast du diese Videobrille, die du übrigens auch mit anderen Geräten verwenden kannst, nicht nur mit diesem, äh, mit dem Handheld. Ähm, 1100 Euro finde ich zu hoch gegriffen, auch wenn ich den Preis nachvollziehen kann. Ja, klar. Ähm, weil du könntest für dieses Geld, könntest du auch einfach, keine Ahnung, eine Levo Legion Go kaufen, eine Asus ROG LIX, ähm, für weniger Geld. Ja. Und dann kannst du noch eine Videobrille dazukaufen, da kommst du ungefähr auf denselben Preis, hast aber einen Handheld mit einem eingebauten Display, und auch, äh, eventuell mit besseren Specs. Also dieser, dieser Techno Pocket Go hat zum Beispiel nur einen Akku mit 50 Wattstunden, ähm, wenn ich mich recht erinnere, und die ROG LIX übertrumpft das ja jetzt schon. Ja. Das heißt, du gehst Kompromisse ein, damit du dieses, diese Einzigartigkeit hast, ähm, ähm, aber vom, von der Preis-Leistung her ist das, glaube ich, nicht empfehlenswert. Also wenn ich, wenn, wenn jemand in meinem Freundeskreis sagen will, hey, ich möchte mir ein Handheld kaufen, würde ich mir wahrscheinlich, äh, würde ich wahrscheinlich nicht zu diesem Techno Pocket Go raten, wenn er bei 1.100 Euro landen sollte. Aber die Brille würdest du sagen, was wäre die, wenn du jetzt die Brille einzeln betrachten würdest, was wäre dann, also jetzt preislich, wo du sagen würdest, das wäre ein Preis für die Brille an sich, okay, wäre das 400 Euro, 500 Euro, oder was würdest du so, jetzt so erfahrungstechnisch sagen? Ich würde sagen, um die 400 bis 500, ähm, in dem Preisrange sind auch die, ist auch die Konkurrenz, äh, X-Real, Rocket, äh, ja, und wenn du dann, wie du schon sagtest, wenn du dann mal auch so ein Angebot abkreist, von Legion Go für 600 Euro oder so, plus eine VR-Brille, dann hast du die bessere Kombi, also das wird ein Nischengerät bleiben, äh, vielleicht entwickelt es sich ja preislich irgendwann nochmal ein bisschen besser, aber selbst dann sehe ich das Gerät sehr, sehr kritisch, aber ich, ich bewundere wieder mal, das ist wieder eine etwas, äh, sag ich mal was anderes, was Neues, eine Innovation, weil das ist etwas, was ich auf dem Handheld-Markt momentan so ein bisschen vermisse, kann man vielleicht nachher nochmal so kurz drüber sprechen, also das Gerät, mal gucken, wann es rauskommt, ähm, ich schätze mal, weiß nicht, hast du, siehst du noch eine Chance dieses Jahr zum Weihnachtsgeschäft? Keine Ahnung, ich weiß es echt nicht, also mal schauen, Techno Mobile, die verkaufen ja noch nicht mal so viel hier in Deutschland, also die machen ja normalerweise Handys und, äh, verkaufen sie größtenteils, glaube ich, in Afrika und Asien, ähm, wann hier ein Handheld kommt, ja, ja gut, die werden sich dann wahrscheinlich auch erstmal ein bisschen Vertriebsstrukturen oder Vertriebspartner suchen müssen, etc., ne, wahrscheinlich, das ist ja auch die Geschichte, ja, okay, Techno Pocket Go, den Namen muss ich mir jetzt langsam merken, ähm, den haben wir dann jetzt nochmal so weit abgehackt, welches Gerät hast du denn dir noch angucken dürfen auf der IFA? Ja, und zwar habe ich mir auch noch anschauen können, die, die Namen, ähm, Acer, jetzt richtig rum, Nitro Blaze 7. Richtig! Ich weiß nicht, immer Blaze Nitro oder Nitro Blaze Nitro ist das Problem, ja. Branding, Blaze ist das Produkt, genau. 7 ist die Displaygröße. So, Acer Nitro Blaze 7, wir haben, das ist auch wieder, das ist der erste Gaming Handheld von Acer, ich bin, ich bin fast schon davon ausgegangen, dass die ganzen großen PC-Hardware-Steller nach und nach einsteigen werden, äh, hat mich jetzt nicht groß überrascht, aber war auf jeden Fall trotzdem cool, dass die jetzt ein eigenes Gerät haben, ähm, rein auf dem Papier, äh, hat es nicht sehr viele krasse Alleinstellungsmerkmale auf jeden Fall. Es ist ein 7 Zoll Gaming Handheld, Windows 11, äh, ein Ryzen 8840U, ähm, das ist praktisch derselbe, der auch im Zotec Zone steckt oder auch in der, äh, Techno Pocket, äh, äh, was haben wir noch? ein 144 Hertz Display auf 7 Zoll, das gibt es, soweit ich weiß, noch nicht, also auf 7 Zoll jedenfalls. Ich glaube, das ist eher 120 maximal, ne, glaube ich, ja, ja, ähm, 144 Hertz mit, ähm, mit FreeSync Premium, ähm, ein, ich glaube, es waren 50 Wattstunden Akku, ähm, und sonst, äh, ja, sonst fällt mir gerade ehrlich gesagt, die Feature ist nicht ein, aber, ich glaube, das waren die Alleinstellungsmerkmale sozusagen, ähm, also ich war, auf jeden Fall neugierig, den selbst auszuprobieren und mir den mal anzuschauen, ähm, aber so richtig, ähm, beeindruckt war ich jetzt vorher nicht, von dem, was ich auf dem Papier gelesen habe. als ich den dann dort, äh, ausprobieren durfte, ähm, hat sich das minimal gewandelt, äh, gewandelt, weil, äh, diese, dieser Handheld, dieser Acer Nitroplacim, Nitroplacim, der ist gefühlt sehr viel, sehr, sehr kompakt und handlich, ähm, es hat mich tatsächlich ein bisschen an eine Playstation Vita erinnert, natürlich, 7 Zoll ist das Ding, es ist schon größer als die Playstation Vita, aber es ist wirklich, ähm, ein bisschen handlicher und kompakter als zum Beispiel ein Rock Ally, äh, als ein Zotec Zone, als ein Legion Go sowieso, also es war wirklich eine kompakte Konsole. Ah, und, äh, was ich vergessen habe zu erwähnen, zwei Terabyte Speicher hat das Ding auch. ähm, also es hat schon, es kann schon für sich sprechen. Also erstens zwei Terabyte Speicher, du musst nicht, äh, äh, den Speicher upgraden, der ist schon sehr, sehr groß. Ja. Also es hat diesen 144 als FreeSync Premium, äh, Display, äh, und es hat einen relativ kompakten Formfaktor. Das sind jetzt keine Mega, äh, äh, wie heißt das, Alleinstellungsmerkmale oder so, ja. Ja, aber es kommt ganz darauf an, wie viel der kosten wird und dann kann man, wird sich zeigen, ob die, sich einen Platz auf dem Markt erobern. Äh, äh, Ja, ich glaube, Acer ist ja sowieso, sag ich mal, nicht so ganz so high range wie ein Lenovo oder so. Also, mein Tipp wäre irgendwo, bei den Specs jetzt, damit sie eine reelle Chance haben, 599, 699, und dann ist aber auch Ende der Fahnenstange, ansonsten haben sie da auch keinen Stich. Ja, das wird schwierig. Also, inzwischen ist da echt viel Konkurrenz da und die Leute kaufen sich nicht zwei Handhelds, sie kaufen sich einen und den Rest ignorieren sie. Und, äh, also, außer wir halt. Ich wollte gerade sagen, und seitdem du betreibst einen Handheld-Kanal, dann weißt du schon teilweise gar nicht mehr, wohin mit den Dingern. Ja, du weißt, was ich meine. Ja, ja, natürlich. Aber es gibt, klar, es gibt da draußen natürlich auch noch andere Enthusiasten oder so, aber ich, um das mal zu erwähnen, ich denke auch teilweise so, zum Beispiel das erste Ally, das verstaubt bei mir richtig, das könnte ich eigentlich abstoßen. Aber, dann fängt es ja auch schon wieder, wirklich kriegen tust du dafür auch nichts mehr. Also, jedenfalls, du hast das Ding irgendwie mal für 800 Euro gekauft, jetzt ein Jahr später, die Hälfte wirst du es vielleicht noch los und dann denke ich mir, lass mal liegen, Töchterchen ist auch langsam in dem Alter, ähm, dann kann sie den noch nutzen. Ist für ihre Spiele, die sie spielen will, in ein, zwei Jahren immer noch hardware-technisch genug, ne? Ich glaube nicht, dass sie dann schon gleich mit Unreal Engine 5 spielen um die Ecke kommt, mit elf Jahren. Aber gut, wer weiß das schon. Naja. Wer weiß. Ja, also das Acer wird, glaube ich, wirklich vom Preis her, ähm, das wird echt ausschlaggebend werden. Ähm, weißt du, ob das noch dieses Jahr auch noch auf den Markt kommen wird? Weil ich denke, ja, ne? Das ist der Plan. Ja. Also, ich denke mal, die wollen zum Weihnachtsgeschäft bestimmt ready sein. Ja, weil ich glaube, sonst wird es zum Anfang des Jahres schon eng mit dann anderen Sachen, die eventuell dann noch auf den Markt kommen könnten. Ja, vor allem, wenn du bedenkst, es wird bestimmt Leute geben, die werden sich zum Weihnachtsgeschäft ein Handheld kaufen. Ja. Diese Leute werden im nächsten Anfang des Jahres kein Handheld mehr kaufen. Also, es macht Sinn, das vorher, ähm, rauszuhauen, aber, ja. Also prinzipiell, da muss ich mal eingrätschen, aus meiner Sicht oder Erfahrung als Mediamarktverkäufer, am besten für Hardware-Sachen wartest du bis Januar, Februar, dann hauen sie nochmal ordentlich viele, nochmal ein bisschen Rabatte raus, weil das weg muss vom Lager. Aber ich kenne das, man will unter dem Weihnachtsbaum natürlich schon was Schönes liegen haben. Ich wäre da nicht anders eigentlich. Scheiße, ob das ein bisschen Geld mehr oder weniger. Aber, genau. Ja, Insider-Tipp. Wie bitte? Der Insider-Mediamarkt-Tipp. Ja, was heißt Insider? Es ist halt dieses antizyklische Kaufen eigentlich, ne? Also, wer Gartenmöbel im Hochsommer kauft, der zahlt auch zu viel, ne? Musst du eigentlich im Winter kaufen, aber im Winter macht's ja keiner, weil da klappt man ja wieder andere Ausgaben. Also, eigentlich muss man immer antizyklisch kaufen, aber macht halt kein Schwein. So, und gut, bei Handheld, ob da antizyklisch wirklich funktioniert, weiß ich nicht, könnte man vielleicht mal eine Doktorarbeit drüber schreiben. Ähm, Handhelds, ja, Acer haben wir jetzt besprochen und dann gab's ja noch, und das war ja für mich mit der schönsten Name, war die MSI Claw AI 8 Plus. War das richtig? 8 AI Plus. AI Plus. Ich hab um die 8 noch im Kopf gehabt. Ich glaub, das war die Displaygröße nur. Ja, das ist die Displaygröße wieder. Also, MSI Claw 8 AI Plus. Ja. Pass auf, die erste MSI Claw, die war nicht besonders, es war schwierig, sie zu empfehlen, auf jeden Fall. Es war kein schlechtes Gerät, aber für einen Preis von 850 Euro hat es zu wenig besser gemacht als die Konkurrenz, wenn überhaupt tatsächlich. Deswegen sehr schwierig zu empfehlen. Warum sollte man 850 Euro dafür ausgeben, wenn man für 50 Euro mehr die LAX bekommt oder für weniger den Legion Go oder man greift zum ersten Rock-Ali. Genau, und die MSI Claw 8 AI Plus, die hingegen, ich glaube, die hat das Potenzial, den Markt so richtig aufzurütteln. Also, ich hab das Gerät auch ausprobieren können bei der IFA und anders als beim Acer Nitro Blaze 7 war ich auch schon im Vorfeld hatte ich ein bisschen so eine Vorfreude auf jeden Fall das Gerät auszuprobieren, weil auf dem Papier macht das auch was her. Es ist einer der ersten Handhelds mit einem Intel Lunar Lake? Luna? Ja, den neuen Lunar Lake, der Core 200V, glaube ich, heißt. Genau, also von der Generation. auf jeden Fall. Ich glaube, innen drin steckt der 258V, glaube ich. Also auf jeden Fall, die sind ja äußerst effizient und zweitens hat es auch einen 80-Watt-Stunden-Akku. Das dann gepaart halt mit dem deutlich effizienteren Prozessor verspricht da auf jeden Fall einiges. Ja, ich habe zum Beispiel jetzt Vergleichstests gelesen gehabt, gerade im 15-Watt-Bereich, was das dann noch teilweise um die 28 Frames zum Beispiel bei Cyberpunk oder so hat und wenn ich dann überlege, 15 Watt bei 80-Watt-Stunden-Akku, das macht dann ja richtig Spaß. Also wenn das von der Performance her dann noch echt passt, das wäre richtig ein Knüller. Ja. Dazu kommt noch, mein Lieblings-Handtel ist weiterhin der Legion Go vor allem, wegen dem großen Display und diese MSI Claw 8 AI+, wie der Name sagt, 8, hat ein 8-Zoll-Display. Also es ist gut nochmal ein Stück größer als bei den Asus und bei den anderen Handels, die alle bei 7-Zoll sind. 8-Zoll macht schon einen Unterschied und beim Spielen auf jeden Fall, finde ich. Also ich finde, sehr gespannt. Also ich finde, ich finde es zum Zocken an sich, ich merke es halt immer wieder beim LAX, was ich ja momentan am liebsten nutze, dürfte an manchen Stellen größer sein, dann greife ich lieber auch gerne mal bei Rollenspielen immer wieder gerne zum Legion Go wegen den Texten und so. Also Legion Go ist für mich die optimale Größe. Dürfte auch nicht mehr sein, aber viel weniger finde ich dann schon fast wieder störend. Ich muss aber auch, also ich muss zugeben, für mich ist manchmal der Legion Go nicht unbedingt zu groß, aber zu schwer. Ja, das stimmt. Der ist schon schwer. Ja, wobei die LAX mit dem Akku, das tut sich auch nicht viel, aber dafür ist sie irgendwie ein bisschen kompakter. Ja, ja. Diese Claw, ADI Plus, hatte ich ein bisschen in der Hand und rein vom ersten Eindruck her, ich fand sie auf jeden Fall sehr komfortabel zu halten. Wir haben, was lief drauf? Hi-Fi Rush lief drauf, das habe ich da ein bisschen gespielt. Also ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt darauf, was MSI da rausholen wird. Vor allen Dingen, ich glaube, wo sie darauf achten müssen ist, und das war ja das Verhängnis von der MSI Claw, dass sie die Treiber am Anfang nicht vernünftig einen Griff hatten, sag ich mal, oder die Performance halt zum Release nicht passte. Soll ja jetzt wirklich wesentlich besser geworden sein, aber da hätte man schon fast sagen müssen an MSI-Stellen, vielleicht verschieben wir lieber den Release nochmal um einen Monat oder so, um da ein paar bessere Treiber von Intel zu bekommen und so. War ein bisschen suboptimal gelaufen. Aber inzwischen, wie du schon sagtest, haben die da eigentlich gut nachgelegt bei Intel. Und man sieht es ja bei Intel, die müssen Geld schaufeln, die haben ja so viel Verluste gemacht in den letzten Quartalen, will ich mal sagen. Und gerade der Handheld-Markt ist ein Zukunftsmarkt, da haben sie auch nochmal jetzt Chancen, ein bisschen da wieder mit einzusteigen. Weil gerade gegenüber AMD haben sie halt im, sag ich mal, Preis-Leistungs-Verhältnis halt in den letzten Jahren immer das Nachsehen gehabt. Und wir haben es ja gesehen, was steckt denn Handheld sonst immer in AMD? Und da müssen, ich glaube, da ist Intel jetzt auch wirklich dran interessiert, da jetzt auch nicht ihnen das Feld zu überlassen. Und das ist auch wichtig für uns, dass da ein bisschen Konkurrenz ist. Ja, definitiv. In diesem Fall. Schon während meines Testreiterums hat Intel ständig und MSI, die haben so viele Updates rausgehauen wie die erste MSI-Claw. Es gab natürlich immer noch ein paar Hickhacks und so weiter, ein paar Stolperfallen. Aber es wird besser. Und ich denke mal, zu dem Zeitpunkt, wo dann die Claw 8 Air Plus rauskommt, ich denke, neue Spiele dürften wahrscheinlich größtenteils kein Problem mehr sein. Bei ein paar alten Spielen kann es mit der Intel Arc-Grafik vielleicht noch ein paar Problemchen geben. Aber es ist gut, dass Intel und MSI da praktisch etwas anderes in den Ring werfen. Auf jeden Fall. Hatte die Claw jetzt eigentlich die neue auch noch nach wie vor 16 GB RAM oder mehr? Ich weiß jetzt gar nicht, weil das ist ja auch sag ich mal inzwischen ein ganz wichtiger Faktor bei den Spielen. Ich versuche gerade nochmal selber nochmal zu schauen. Müsste ich auch kurz schauen. Ich weiß gar nicht, ob es dazu überhaupt schon Daten gibt. Ja, ich habe glaube ich nämlich nicht eine Erinnerung, dass es die gesagt haben, wie viel RAM das hat. Können wir auch gut vorstellen, dass sie das noch nicht bekannt gegeben haben, weil sie da erst noch mal ein bisschen abwarten wollten. Finde ich jetzt glaube ich so nichts. Wird immer nur auf den Akku und das Display immer drauf eingegangen. Ja, ich glaube da existiert noch nichts Konkretes. Ich habe gerade nochmal hier auch so ein Bildchen, was da hing. Aber ich denke, die werden auch auf Richtung 24 gehen, weil sonst mal gucken. Hoffentlich. Ja, also es macht Sinn. 24 ist 24, besser wäre natürlich nochmal 32. Aber wäre schon fast wieder zu viel. Das ist gut, wenn man eh nur auf Full HD maximal spielt. Von daher. Hattest du denn auch die Zotac Zone auf der IFA oder hattest du die bei euch nur zum Testen direkt vor Ort? Ich hatte sie tatsächlich dabei auf der IFA. Weil zu dem Zeitpunkt, wo ich auf der IFA war, in der Zeit habe ich auch das Review zu der Zotac Zone geschrieben. Das habe ich dann so parallel ein bisschen gemacht. Ja, die hatte ich da dabei. Und später kam dann der Test zu der Zone. Was ist denn dein Eindruck zu der Zone? Ich finde, die ist neben dem Leech-Kindex Go, finde ich, hebt die sich am stärksten von der Konkurrenz ab. Was haben wir da drin? Wir haben ein 7-Zoll-Display. Aber im Gegensatz zu den anderen Windows-Handels ist hier ein OLED verbaut. Also wie beim Steam Deck OLED. dann haben wir Hull-Effekt-Joysticks, also Joysticks, die ein bisschen driftresistenter sind. Wir haben so Premium-Controller-Features, die man normalerweise bei Pro-Controllern findet. Wir haben instant-Trigger, also man kann den Aktivierungsweg der Trigger verkürzen. Es gibt um die Joysticks herum gibt es so kleine Drehrädchen, mit denen du Einstellungen ändern kannst oder auch im Spiel Sachen steuern kannst, Waffe wechseln und so weiter. Ein Kickstand ist verbaut, genau wie beim Legion Go. Was haben wir noch? Rein von der Hardware her, die Gaming-Hardware, die ist allerdings nicht besonders so einzigartig. Also wir haben dort auch wieder den Ryzen 7 8840 drin, 16 GB RAM, ich glaube auch ein 50-Wh-Akku, also auch nichts weltbewegendes. Ich glaube, das waren so die wichtigsten Features. Das glaube ich auch, ich gucke gerade auch parallel nochmal so ein paar Übersichtsseiten. Ja, wie fandst du die Performance generell auf dem Gerät beim Spielen so? Ja, also eigentlich wie alle anderen Handhelds, die ungefähr diesen Prozessor haben. Also da gab es keine Überraschungen. Ah, was ich vergessen habe, der hat auch zwei Trackpads wie der Steam Deck. Das ist ja auch nochmal nicht selbstverständlich bei anderen Handhelds, außer dem Steam Deck, das stimmt. Ja. Ja. Also ich fand, ich fand das Gerät sehr, sehr, sehr gut auf jeden Fall, wenn, weil es hat wirklich was anderes auf dem, gebracht, was die anderen noch nicht hatten. Also gerade diese ganzen Premium-Controller-Features, die Trackpads, das OLED-Display, das ist ein gutes, rundes Gesamtpaket. Das Problem ist halt nur, bei 850 Euro konkurriert das halt direkt mit der LAX mit einem deutlich größeren Akku. Ja. Kann sein, okay, all diese Features sind ja schön und gut, aber hast du auch diesen Akku? Ja, und das ist halt bei Handhelds ein Totschlag-Argument, ne? Und ich glaube, dann ist auch, will ich mal fast sagen, der Name das Problem, weil, wenn ich jetzt als 0815-Kunde im Mediamarkt stehen würde und sehe da ein Asus, ein Lenovo, ein Acer und dann steht da ein Zotac. Zotac kennt kein Schweine auf gut Deutsch. Da fängt es ja schon an. Das ist, glaube ich, ein Riesenproblem. Das ist ein Name, den kennt keiner. Das klingt, um es jetzt mal ein bisschen harsch zu sagen, wie der typische Vertreter von AliExpress oder so. Weißt du was? Ich will es jetzt mal ein bisschen provokativ sagen, aber den kennt halt keiner, den Hersteller. Das ist halt ein Riesenabteil. In der PC-Building-Community, Da kennt man den. Das ist ein Name für Grafikkarten und Hardware und so weiter. Aber im Mainstream, ja, so wie du sagst, also wenn du in Mediamarkt reingehst und du fragst da irgendwie, keine Ahnung, zufällig 10 Personen werden wahrscheinlich 10 von 10 sagen, sie kennen Zotac nicht. Meine MSI macht ja auch, MSI macht ja zwar auch Laptops und so, aber ich glaube, von der Markenbekanntheit her würde ich die auch eher hinter Acer, Lenovo und Asus hinten anstellen. MSI zum Beispiel und Zotac käme halt ganz zum Schluss. Ich glaube, selbst ein Valve würde eher erkannt werden, spätestens wenn man den Namen Steam liest, davon eh mal abgesehen. Aber ja, man kennt den Namen halt nicht so. Deswegen sehe ich den, sehe ich die Chancen für das Gerät auf dem Markt verschwindend gering, auch eher bei den Nerds oder Enthusiasten und wie du schon sagtest, der Preis. Wir liegen hier so bei knapp 800 Euro, 850 Euro, je nachdem. Und das wäre für mich, glaube ich, das Vernachlässigbare bei ein Handheld. Diese ganzen, wie du schon sagtest, die Joypad-Features ist cool und schön, aber wenn ich so was brauche, dann notfalls nämlich einen Pro-Controller und spiele ein Fernseher. Unterwegs brauche ich nicht zwingend diese ganzen Pro-Elemente, sage ich mal. Also so geht es mir jedenfalls. Und ein Kickstand, ja ist gut und schön, den kann ich immer noch notfalls über einen Case oder so nachrüsten. Ja und OLED, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber OLED finde ich immer ist schön anzusehen, bräuchte ich aber auch nicht zwingend. Nee, bräuchte ich auch nicht zwingend. Auf jeden Fall. Es gibt Leute, die schwören auf OLED, aber ich sage mal so, ja, schönere Schwarz, aber muss ich nicht zwingend haben. Muss ich nicht. Also für mich ist der Lenovo Legion Go der beste Beweis dafür, dass ein Handheld kein OLED braucht. Ja. Auf jeden Fall. Der hat einfach super Farbwerte. Manchmal empfinde ich die Farben auf dem Legion Go teilweise gefühlt besser als sogar auf den Steam Deck OLED. Muss jetzt aufpassen, dass die Community keine Steine durchs Fenster schmeißt hier. Aber gut, wir sind ja nicht im Livestream, das geht ja noch. Aber es ist halt immer so ein persönliches Empfinden, da natürlich ganz klar, aber die Farben von Legion Go hat für mich mit das beste Display gefühlt, jetzt mal abgesehen von OLED. Ja. Ja, würde ich auch sagen. Jetzt sind wir ja trotzdem schön anzusehen, ein OLED-Nase, aber es ist kein Master, finde ich. Nee. Immer gut, der Stromverbrauch ist natürlich nochmal ein Vorteil bei Handhelds, aber auch selbst da, die LCDs sind so effizient heutzutage, das nimmt sich halt auch nicht mehr so viel. Also Vorteil war jetzt, man hat es ja beim Steam Deck OLED gesehen, dadurch, dass das Paddel halt ein bisschen dünner ist, konnten sie ein bisschen mehr Akku rausholen, ein bisschen was verbauen. Also braucht kein Mensch OLED in Zweifel, so sehe ich das. So, jetzt haben wir über etliche Handhelds gesprochen. Welcher Handheld, ich frage mal so, welcher Handheld A hat sich persönlich jetzt von denen, die du jetzt alle getestet hat, persönlich am meisten beeindruckt? Und vielleicht ist es die Antwort die gleiche, aber B, welchen Handheld würdest du die größten, größeren Chancen auf den Markt einrechnen oder einräumen? Boah, also ich denke mal die Default, die Standard Antwort ist einfach Steam Deck, ne? Ja, ich meine jetzt von den Handhelds, die du jetzt auf der IFA gesehen hast. Ach, du meinst jetzt von den Neuheiten? Genau, genau. Habe ich mich vielleicht falsch ausgedrückt, Entschuldigung. Am ehesten in Erinnerung geblieben ist mir auf jeden Fall die Techno Pocket Go, aber einfach, weil das halt so ein, noch ein sehr einzigartiges Konzept ist. Die besten Chancen auf dem Markt sehe ich tatsächlich für den MSI Claw 8 AI Plus. Ich denke mal allerdings mehr bei Richtung Tech-Enthusiasten, die sich mit den Specs auskennen, die wissen, okay, da stecken effiziente Prozessor drin und so weiter. So rein von Mainstream her, wenn das geht, auch günstig ist, vielleicht die Acer Nitro Play 7, wenn die bei 500 Euro landen könnte oder so, das wäre natürlich richtig krass, dann hat die auf jeden Fall gute Chancen. Beeindruckt hat mich aber am meisten, also rein auf dem technischen Level her, auf jeden Fall die MSI Claw, die neue. Ja, bin ich gespannt. Preislich, was hatten wir gesagt, hatten wir überhaupt schon gesagt, wurde im Preis schon genannt noch in Richtung, wahrscheinlich auch so Richtung 900 Euro würde ich mal fast tendieren. Ich denke mal, die werden sich mit der LAX messen wollen. Also ich hoffe mal, dass der Preis in Richtung 850 bis maximal 900 landen wird. Ja. Die alte MSI Claw, die wird weiterhin verkauft werden, die wird nicht ersetzt. Ja. Die ist ja schon bei 850 Euro beziehungsweise ist im Preis gefallen, die mit dem Core Ultra 7. Also entweder wird die deutlich günstiger oder diese MSI Claw EDR Plus wird deutlich teurer. Ja, aber dann ist es schon wieder eine Todgeburt, sage ich mal. Also auf jeden Fall für den Massenmarkt. Ja. Ich meine, die MSI Claw, ich gucke jetzt gerade mal parallel so Preisvergleiche. Ja, ich meine, du kriegst die, na gut, dann muss man gucken, welche Version das ist. Die günstigen sind meistens mit dem 135H. Ja, da kriegst du schon stellenweise 500 Euro, 500 bis 600 Euro. Aber die große Variante liegt wohl immer noch so, wenn ich das jetzt hier mal so sehe. Ja, immer noch so ein Bereich wie 800 Euro. Ja, genau. Also entweder machen sie da eine krasse Preissenkung oder das andere Gerät wird um die 1000 Euro und dann wird es halt wie bleien Regale liegen, ich sage mal, für die meisten. Weil der Preis spielt halt immer noch eine große Rolle bei den Kunden. Die größte wahrscheinlich. Ja, also ich sage mal so, wenn ich jetzt halt auch nicht so der Enthusiast wäre und würde dann vor dem Regal stehen, würde ich auch sagen, naja gut, das Billigste würde ich vielleicht auch nicht nehmen. Wenn man sich ein bisschen mit der Technik auskennt, dann sieht man ja, wo die die Knackpunkte sind. Aber wenn ich dann sehe, okay, ich habe das Vogue LIX und dann soll ich vielleicht 200 Euro mehr zahlen für ein bisschen mehr Prozessorleistung anführungsstrichen, weil selbst der Lunaleg, ja gut, der ist nicht schlecht, aber solange alles spielbar ist auf dem Vogue LIX, würde ich auch sagen, komm, 200 Euro behältst du schön in der Tasche, nimmst das Gerät mit nach Hause. Also Preis ist letzten Endes doch schon sehr, sehr entscheidend. Ja, deswegen. Das will man mal schauen. Und was natürlich dann irgendwann auch nochmal in die Suppe spucken könnte bei den ganzen PC-Handhelds, das wird dann interessant, wie sich dann der PC-Handheld-Markt weiterentwickelt, wenn die Switch 2 kommt. Weil ich glaube, viele, die auf dem PC-Handheld-Markt jetzt, sag ich mal, rübergeschwappt sind, sind Kunden, die doch ein bisschen mehr Leistung wollten, die sie bei der Switch nicht mehr bekommen haben. Nicht alle, um Gottes Willen, das ist ja, dafür gibt es so viele Casual-Gamer auf der Nintendo-Seite will ich jetzt mal so sagen. Aber mal gucken, was dann passiert, wenn die Nintendo Switch 2 eine angemessene Leistung hat und auch einen angemessenen Preis, wie weit die Verkäufe sich auf dem PC-Handheld-Markt auswirken. Das wird, glaube ich, auch nochmal sehr, sehr interessant und beziehungsweise, ob dann nochmal da was an der Preisspirale passiert bei den PC-Handhelds, wenn sie merken, mein Gott, die Leute kaufen lieber eine Switch als unsere Handhelds inzwischen. Das wird dann, also spätestens beim Erscheinen der Switch 2 wird das nochmal sehr, sehr interessante Marktbewegung geben, glaube ich. Ja, das wird spannend, auf jeden Fall. Ja, du könntest dir natürlich dann die Frage stellen, okay, wenn die Switch 2 mal bei ungefähr 400 Euro landen wird, kauft man sich dann die Switch 2 oder kauft man sich dann doch eher ein Steam Deck, weil die ja praktisch im ähnlichen Preissegment dann sind. Aber auch für die Teuren könnte das natürlich eine Auswirkung haben. Ja, ja. Es kommt dann immer, wie gesagt, an, wenn ich, weil, ich sag mal so, wenn ich jetzt sehen würde als Kunde, okay, die Switch 2 kostet 400 Euro, oh, das neueste Call of Duty läuft auch drauf, sag ich jetzt, mal, warum soll ich dann 800 Euro dafür ausgeben? Das ist halt der klassische Familienvater-Denken, sag ich mal, wenn der für seine Kinder eine neue Konsole kaufen würde. Und das, da wird es dann spätestens dran scheitern. Den meisten Leuten ist halt nicht zu vermitteln, dann der Motto, ja, nimm doch ein Steam Deck, nimm das und das, weil da kannst du ja eh alles drauf spielen. Im Steam-Cell kriegst du die Spiele halt nochmal günstiger als ein Nintendo eShop oder als auf den Caddages und, und, und. Also das wird aber trotz alledem wird es noch sehr, sehr spannend auf dem Handheld-Markt, davon mal abgesehen. Genau. Ja. Und natürlich müssen wir denken, jemand, der, sagen wir mal, eine Nintendo-Konsole kauft, will auch Nintendo-Spiele spielen, die findest du dann natürlich nirgendwo. Da fängt es wieder an, ja. Das, also, wie gesagt, das wird auf jeden Fall weiterhin spannend. Also, und auch gerade, ich find's gut, dass solche Sachen jetzt, wie halt diese Techno Pocket Go, dass da ein bisschen mehr Innovationen rauskommen, weil die letzte große Innovation, sag ich mal, in Anführungsstrichen, jetzt auch mal von der Zotec Zone mit seinem Ring abgesehen, war aber ansonsten, sag ich mal, innerhalb der letzten zwölf Monate, ja, ich will jetzt nicht den Lunaleg im MSI-Claw als Revolution oder was Revolutionäres betrachten, das war halt nur eine andere Plattform, aber ansonsten war es eigentlich die Legion Go wegen der Displaygröße und den abnehmbaren Controller, ansonsten waren die Geräte in Groß und Ganzen alle vergleichbar. So ziemlich, ja. Und ich glaube, das wird sich wahrscheinlich auch noch nicht wirklich viel ändern. Ich glaube, wir sind an dem Punkt angekommen, das ist jetzt einfach ein Formfaktor und wo funktioniert, warum sollte man den jetzt noch groß ändern? Allerdings, wenn Leute jetzt, wenn jetzt Hersteller in den Markt einsteigen wollen, wie heben wir uns von der Masse ab, die gefühlt alle gleich sind und können trotzdem unser Gerät für einen guten Preis verkaufen? Ich denke, dass wir wahrscheinlich keine große Revolution in den nächsten Monaten erwarten können. Ich denke mal, eine große Baustelle, die jetzt besser wird, gerade die zweite Generation jetzt der Handhelds mit Ryzen Z2, Lunar Lake und so weiter, ich denke mal, die werden alle deutlich effizienter werden einfach. Das Thema Akkulaufzeit wird wahrscheinlich einen größeren Stellenwert einnehmen. Leistung, wer weiß, ob da so viel mehr dazu kommt. Aber ich denke, das Thema Effizienz wird wahrscheinlich groß sein. Aber jetzt ist es auch eher evolutionär als revolutionär. Ja, also ich muss sagen, so jetzt diese Kombi LIX 80 Wattstunden Akku mit der Leistung, das würde mir erstmal auf absehbarer Zeit zum Beispiel reichen. Dann würde ich es eher begrüßen. Das haben sie jetzt aber zum Beispiel bei LIX ja auch schon einfacher gemacht als beim Vorgänger, ist halt was Reparierbarkeit angeht. Also beim LIX lassen sich zum Beispiel die Analogsticks wesentlich einfacher austauschen. Guli Kit bringt jetzt auch schon bald die ersten Hell-Effect-Sticks dafür raus. Das ist das Erste, was ich mir dann definitiv mal austauschen werde oder wenigstens auf Halde legen werde, sobald die rauskommen für LIX. Ansonsten glaube ich auch, dass wir da nicht viel Innovation erwarten können. Eher so kleine Detailverbesserungen, aber die sind ja auch wünschenswert. Also ich bin da nach wie vor gespannt, was da passiert. Und mit dem Trackpad, die der ein oder andere Hersteller jetzt auch mal bringt, wie gesagt, weil ich sage mal so, ich brauche nicht zwingend ein Trackpad auf dem Handheld, weil Strategiespiele tue ich mir auf den Display ehrlich gesagt sowieso nicht großartig an oder Mausspiele. Und die Mausspiele, wo die Spiele mal so Point-and-Click-Adventures, die kann man auch mal notfalls gut über Analog-Stick steuern. Also wie gesagt, aber das ist ja halt immer wieder das unterschiedliche Spielerverhalten oder Spielertyp, der da eine Rolle spielt. Aber zum Beispiel Trackpads sind für mich kein Totschlag-Argument für einen Handheld. Mhm. Ja, gibt es natürlich auch an Leute, die schwören darauf. Ja, also wie gesagt, ich bin dann aber auch eher der Mensch, der dann, wenn er auch mal in den Desktop-Modus geht, zum Beispiel in Steam Deck oder halt im Windows-Desktop sich rumtreibt, ich arbeite dann halt auch mal viel mit Touch und so. Ja, lässt sich ja auch schnell machen. Wenn du machst, bei Windows machst du die Skalierung ein bisschen höher, damit du wirklich jeden auch treffen kannst, jedes Icon in der Systemsteuerung oder so was. Und dann geht das auch super. Man muss nur Wege und Mittel haben, definitiv. So, ich muss mal gerade mal gucken hier, wie unsere Uhr aussieht, damit wir uns nicht wieder total verrennen. Sind schon dabei. Sind schon dabei. Ja, aber ich finde es ja auch immer wieder interessant, mit dir darüber zu reden, gerade weil du ja, ich wollte schon sagen, sitzt an der Quelle, aber kommst da halt als Tech-Redakteur wesentlich einfacher mal an Geräte ran und das ist dann halt auch immer sehr, sehr, sehr interessant, da diese Sichtweise mitzubekommen. Genau, hast du denn sonst noch ein Thema, was du gerne nochmal anschneiden würdest? So ein paar Minuten haben wir ja noch, sag ich mal. Ja, soll man noch ganz kurz Bessite und Windows anschneiden? Ja, Bessite und Windows hatten wir ja auch mal kurz drüber gesprochen. Ja, Bessite und Windows, da gibt es ja auch mal so kleine, ehrlich Glaubenskriege, das ist wie SteamOS gegen Windows. Hattest du denn schon mal Bessite auf dem Ally oder auf dem Legion Go ausprobiert? Ja, ich habe es auf dem Legion Go installiert, jetzt gerade. Dualboot oder Singleboot? Dualboot, ja. Also, für diejenigen, die jetzt gerade nicht wissen, was das ist, also Bessite OS ist praktisch wie SteamOS, es sieht sehr ähnlich aus wie SteamOS, hat sehr ähnliche Funktionen wie SteamOS, also ganz einfach ausgedrückt, man kann sagen, es ist eigentlich SteamOS mit einem anderen Namen fast. Ja, also man startet da auch quasi wie in den Gaming-Mode rein vom Steam Deck, ne, und es fühlt sich fast nicht anders an, also zum 99,9 Prozent könnte man das auch als SteamOS verkaufen, sage ich jetzt mal, ja. Genau, ist halt nicht von Valve, ne. Und das kann man auf Windows-Handhelds installieren, man kann das praktisch, wenn man möchte, das als Hauptbetriebssystem verwenden, oder so wie ich im Dualboot, so dass man praktisch zwischen Windows und Bessite OS es wechseln kann. Und dann fühlt sich praktisch so in Legion Go so ein bisschen an wie ein Steam Deck, nur mit einem größeren Bildschirm halt. Weiß nicht, wie ist es bei dir, Fabio, hast du es schon probiert? Also ich habe es auf dem Legion Go, habe ich es auch in Dualboot drauf, aber ich nutze es nicht wirklich. Weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe gemerkt für mich, wie gesagt, auf dem Windows-Handheld bietet es mir keinen Mehrwert. Es ist gut und schön, dass viele schwören dann, ja, es ist effizienter, energiesparsamer, mag alles sein, aber ich weiß nicht, ich habe es jetzt, also ehrlich gesagt, seit drei, vier Wochen habe ich Bessite nicht mehr geupdatet, oder vielleicht sogar schon zwei Monate, müsste ich jetzt lügen, habe ich Bessite nicht mehr genutzt auf dem Legion Go, aber man hat es dann, gerade damals hat man schon gemerkt, okay, es läuft noch nicht von der Unterstützung her alles rund, sage ich mal, so was die Hardware angeht, sei es irgendwie Display Refresh Rate oder sonstige Geschichten, da war noch nicht alles hundertprozentig implementiert und das hat mich schon mal ein bisschen genervt und wie gesagt, ich habe den Vorteil nicht erkannt, wenn ich eh schon mit Windows alles spielen kann und bei dann spätestens mal Bessert kommen ja wieder Beschränkungen, sei es nur ein Anti-Sheet oder sowas, ne? Ich habe den Vorteil für mich nicht erkannt. Wie ist es mit dir? Also ich sehe schon auf jeden Fall Vorteile, wenn man mit Bessite hantiert anstatt mit Windows, weil Bessite ist auf Controller optimiert, das heißt, du musst nicht mit dem Trackpad oder mit dem Touchscreen interagieren, eigentlich so gut wie nie. Aber genauso wie du sehe ich jetzt keinen so krass großen Mehrwert, dass ich das über Windows auf dem Legion Go jedenfalls verwenden würde, weil der Lenovo Legion Go, der hat ein Trackpad, der hat ein sehr, sehr großes Display. Windows 11 ist darauf deutlich weniger umständlich, als man denken mag. Also ich finde Windows 11 ist auf dem Legion Go eigentlich genauso gut nutzbar wie auf einem kleinen Laptop. Ich meine, das Display ist fast 9 Zoll groß. Ja, mal ganz ehrlich, was macht man denn als Gamer, schön wichtig unterbrechen, aber was macht man denn als Gamer großartig auf dem Windows Desktop? Man guckt ab und zu Windows Update, da benutzt man zwischendurch mal einen Browser, um irgendwie einen Cheat zu suchen, sage ich jetzt mal übertrieben gesagt. Und ansonsten mal kurz in die Lenovo Software, also eigentlich jetzt nur Updates. Keiner fängt an, ob man so ein Ding mit Briefe schreiben, PowerPoints erstellen oder Online Banking zu machen, das ist ein Gaming Device. Und da machst du eigentlich nicht viel nebenbei, außer was nochmal zu installieren. Und dafür ist es halt, reicht es vollkommen aus. Also viele verteufeln immer, das ist so schwierig, aber ich installiere nicht jeden Tag 10.000 Sachen. Also das ist, die Einrichtung bei Windows Handheld ist wirklich nervig, im Gegensatz zum SteamOS. SteamOS bist du zehn Minuten durch, sagen wir mal halbe Stunde noch mit dem Update, aber du machst da nicht viel. Bei Windows Handheld mit allen drum und dran, weiß ich nicht, sitze zwei, drei Stunden, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist der einzige Nachteil, aber das machst du halt nur initial und das war's eigentlich. Ja, also ich finde jetzt es auch nicht so schlimm, Windows auf einem Handheld zu verwenden. Aber ich kann es vollkommen verstehen, wenn jemand mehr Konsolen-like, also ein bisschen mehr Konsolen-Feeling auf einem Handheld haben möchte, dann ist BearSight OS schon durchaus eine gute Alternative. Ich würde aber trotzdem empfehlen, nur Dualboot, also sprich nur aufzuteilen und nicht komplett, weil dann hast du trotzdem noch die Vorteile von Windows und kannst alle Windows-Spiele spielen, andere Launcher installieren und so weiter. Und wenn du dann diese Konsolen, dieses Konsolen-Feeling suchst, dann bootest du halt in BearSight OS einfach rein. Oder machst einfach bei Windows, also ich habe es bei meinem Windows-Hintech so gemacht, automatische Anmeldung, also dass ich gar nicht erst mit Pin oder sowas eingeben muss, dann Steam im Big Picture-Modus, der sieht ja auch aus wie der Gaming-Mode, Auto-Start, fertig. Das ist auch nicht viel anders letzten Endes. Und da hast du jetzt eben was gesagt, was für mich teilweise immer so, ich will nicht sagen Widerspruch ist, aber ich finde das immer komisch, weil, wie du sagtest, ja, du hast mit SteamOS das konsolenartigere Erlebnis. Per se richtig, aber der User, der von der Konsole, sag ich mal, kommt und sich erhofft, ja, konsolenartiges Erlebnis, super, dann hole ich mir das Steam Deck oder nutze SteamOS oder schräg, 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 besser, äh, schräg, schräg, besser, aber spätestens, wenn ich dann auf Probleme stöße, weil ich muss irgendeine Proton-Version in eine andere nehmen oder muss noch irgendwie mal dort in den Compatator-Ordner oder sonst irgendwas, was man ja von SteamOS kennt oder wieso läuft denn jetzt FIFA oder FC25 nicht darauf, ja, bei einem konsolenartigen Erlebnis erwarte ich, ich kaufe mir ein Spiel und das läuft. Das ist ja halt wieder bei Badside-Schräg-Schräg SteamOS nicht gegeben, deswegen, das ist immer so, deswegen bin ich immer vorsichtig mit diesem konsolenartigen Erlebnis, ja, die reine UI, ja, aber spätestens, muss ich immer damit rechnen, da habe ich immer eine Chance, dass ein Spiel nicht läuft. Ja, also, hast du vollkommen recht, auch bei Badside-OS oder SteamOS, das sind trotzdem noch Linux-Betriebssysteme, du musst wahrscheinlich hier und da trotzdem troubleshooten oder dann läuft irgendein Spiel nicht und dann musst du halt irgendwie, einen anderen Weg finden, aber ich würde trotzdem behaupten oder sagen, Badside-OS beziehungsweise SteamOS sind trotzdem Konsolen ähnlicher Windows mit einem Big-Picture-Modus oder so. Ja, natürlich. Ich meine, gerade das beste Beispiel bei Windows ist zum Beispiel, wenn du, du kannst andere Launcher installieren, ja, aber wenn du über Legion Space den Epic Games Launcher startest, dann haut es dich erstmal auf den Desktop zurück, dann bist du auf jeden Fall gezwungen, den Desktop zu verwenden und dann den Epic Launcher dort zu installieren. solche Momente gibt es unter SteamOS und BESAID eher selten. Troubleshooting gibt es bei beiden Systemen und die UI, wie du sagst, ist halt Konsolen ähnlicher. Also es ist trotzdem mehr wie eine, näher an eine Konsole dran als halt Windows. Ja, ja. Wie gesagt, von der Bedienung her und so auf jeden Fall, aber spätestens, wenn du bei Probleme stößt beim Spielen, weil es nicht läuft, bist du, ist es schwieriger, dass unter SteamOS, sag ich mal, ich benutze immer gerne diesen Begriff, als 0815 User, das zu fixen, als unter Windows, weil bei Windows, sag ich mal, egal was du installierst, es wird irgendwie laufen ähm, und beim SteamOS, ja, da musst du dann schon mal ein bisschen tiefer googeln, ja, die Bereitschaft muss halt da sein, das ist halt der Riesenunterschied definitiv. Ja, ich meine, das sind trotzdem PCs und ganz ehrlich, der Installationsprozess von BESAIDOS ist jetzt auch nicht etwas, was, wie du sagst, eine 0815 Person macht, da gehört Repartitionierung dazu, du musst Secure Boot ausschalten, lauter so Zeugs, also ein bisschen technisches Know-how gehört dazu, oder du folgst halt eins und eins so ein Tutorial oder sowas. Wie zum Beispiel von Steam Deck Checker, der hat da auch was zu gemacht zu BESAIDOS. Genau. Hier oben. Ja, wobei, ich bin dann ja auch ganz ehrlich, bevor ich an so etwas rangehe, ich sag mal, ich erfinde das Rad ja auch nicht neu, ich gucke mir natürlich dann auch Tutorials an von amerikanischen YouTubern und weil, ganz ehrlich, das Rad neu erfinden macht ja keinen Sinn, ich kopiere die zwar nicht, diese Tutorials, wenn sie auch meine eigene Art und Weise an, aber ich lerne dann halt auch erstmal, wie manche Sachen funktionieren. Oder bei BESAIDOS habe ich halt auch viel den Wiki mir durchgelesen und gerade weil das Partitionieren ist nicht immer ganz so trivial, will ich mal sagen. Also, ja, aber BESAID an sich, Installation ist auch nicht schwieriger als ein, ja, Windows 98 zu installieren. Oh Gott, jetzt werde ich wieder von alten Geschichten hier. Aber, ja, ja, also, gerade mit BESAID und Linux, es wird noch interessant, weil gerade Valve ja auch so ein bisschen so, schon hat durchsickern lassen, ja, wir wollen auch SteamOS für andere Systeme so ein bisschen vorbereiten, wie das AOG-LI. Ähm, da bin ich noch ein bisschen, äh, skeptisch, weil sie haben ja auch SteamOS wirklich schon vor Jahren gefühlt so angekündigt, äh, ja, machen wir frei oder geben wir für alle Systeme frei oder Dual-Boot-Optionen offizielle für Steam Deck, da warten wir jetzt auch schon seit zwei Jahren drauf und ich glaube, die kommt auch nicht mehr, ähm, deswegen. Aber BESAID ist halt die wirklich gute Alternative und das finde ich super. Also, es gibt natürlich auch noch andere Alternativen, also, zum Beispiel Chimera OS gibt es noch, ist auch gut, finde ich dann aber spätestens im Desktop-Modus nicht so gut das Handling, äh, wie, ähm, BESAID. Und ansonsten gibt es halt noch so ein paar andere kleinere Distries, aber BESAID, finde ich, ist eigentlich das beste Rundum-Paket, wenn man nochmal ein bisschen auf Linux-Ebene da booten, äh, und Dual-Boot betreiben will, ja. Müsste ich selber noch ausprobieren. Ich habe bisher nur BESAID getestet. Ja, also BESAID läufst du eigentlich mit am besten derzeit, finde ich. Ja. Also, ich habe auf jeden Fall keine Probleme damit. Das wirkt sehr, sehr polished. Ja. Ähm, gut, eine Sache doch, eine Sache gibt es, falls ihr, falls jemand bei den Zuschauern das auch selber ausprobieren will, ähm, unter BESAID kannst du ja den Handheld einfach während dem Spiel ausmachen und dann später wieder anmachen und an derselben Stelle weitermachen. Ähm, das funktioniert größtenteils gut, ähm, aber ich habe da ab und zu einen Bug, dass die CPU nach dem Aufwecken runtertaktet und dann geht die Framerate halt flöten und dann muss ich das Spiel neu starten. Das passiert bei mir immer wieder mal. Vielleicht wird das noch gefixt oder so, aber ja, das ist etwas, was man vielleicht bedenken sollte. Ja, das ist eigentlich noch mal ein ganz guter Punkt, äh, den du gerade noch mal so ansprichst, weil da hatte ich, das hatte ich letztens von so einem Gamestar-Tech-Redakteur mal was gelesen, einen Artikel, dass man doch besser bei Handhelds den Ruhezustand aktivieren sollte. Ähm. Aber wer hat das geschrieben? Ja, weiß ich nicht. Ich muss ein Genie gewesen sein. Und, ähm, ich habe es ehrlich gesagt jetzt aus Faulheit noch nicht gemacht, aber wenn ich jetzt in den Ruhezustand wechsle, das verbessert diese Problematik aber nicht, oder? Während des Spielens? Also bei Windows stürzen dann immer wieder noch Spiele ab, wenn du dann in den Ruhezustand gehst. Es spart auf jeden Fall Akku, weil dann der Rahmen nicht mehr mit Energie versorgt werden muss. Ja, vor allen Dingen die Wahrscheinlichkeit, dass das Gerät, also ich habe es ja gerade beim Ally oder so, hatten wir schon mal als Thema, dass dann, keine Ahnung, du kommst kurz gegen Trigger gefühlt und das Gerät geht wieder an oder so, äh, äh, das ist beim Ruhezustand definitiv ja nicht ganz so kratzt dann. Ähm, dass es auf jede äußere Einwirkung, sag ich mal, reagiert. Ähm, macht auf jeden Fall Sinn definitiv. Ja, wenn da Windows oder Microsoft dann nochmal was für ein bisschen nachpatchen würde für ihr Windows-System, das wäre, das wäre eine Offenbarung. Definitiv. Ähm, weil das ist das eins, was mich auch echt nervt. Also, ich weiß immer, okay, wenn du dein Ally oder dein Go-In in Ruhezustand oder so, oder Step-by schicken willst, safen, safen, safen. Ohne Safe-Game mache ich da nichts, weil sonst ärgere ich mich schwarz, wenn das Spiel dann doch wieder crasht. Ja. Ja, das ist ein Riesenfeature von SteamOS und so, das haben sie sich gut abgeguckt, weil das war ja auch für mich das Totschlag-Argument, damals überhaupt eine Switch zu kaufen, dieses Feature. Ja, und da funktioniert es ja tadellos. Ja, auch beim Steam Deck, sag ich mal, in 90 von 100 Fällen. Steam Deck gibt es auch manchmal einen oder anderen Crash oder so, aber das ist dann eher dem Spiel als System geschuldet. Also, von daher, das Feature ist schon genau, da gibt es nichts Besseres. Also, das muss Windows auf jeden Fall in den Griff kriegen. Aber ich denke, spätestens, wenn sie mal ihren Xbox Handheld irgendwann rausbringen, der wird irgendwann kommen, bin ich fest von überzeugt, dann werden die das machen müssen. Definitiv. Das werden die auf jeden Fall bringen. Ja, ähm, Lin, glaubst du, dieses Jahr kommen noch ein paar Handhelds um die Ecke, die uns überraschen, oder eher weniger? Ähm, glauben. Ja. Pass auf, wir haben noch kein Alienware, ein Dell Alienware, würde vielleicht noch fehlen. Ähm, was gibt es denn da noch so da draußen? Xbox Handheld hast du schon angesprochen, aber ich glaube nicht, dass der jetzt schon bald kommen könnte. Nee. Ich glaube, das ist Zukunftsmusik. Ähm. Ja, sonst gibt es da nicht mehr viele große, die, sag ich mal, also klar, aus dem asiatischen Markt wird es da noch mal wieder so einige geben, GPD und so, die immer wieder mit neuen, oder One X und wie sie alle heißen und in die Ecke kommen. Aber ich glaube, von den großen gibt es da wirklich nicht mehr viele, die jetzt da noch überraschen könnten. Belege auch gerade, aber von den großen Herstellern, nee. Ja, warte mal ab. Ich meine, Techno Mobile war vorher auch noch mit Handys bekannt und jetzt machen die plötzlich einen Handheld. Vielleicht kommt Apple jetzt mit einem Handheld. Ja, also, das ist, das ist schon, glaube ich, das könnte man auf jeden Fall mal in einer der nächsten Sendungen dann aufgreifen, weil ich glaube, wenn Apple in den Markt einsteigen würde, könnte es nochmal richtig rumsen, wenn sie nicht gerade den Vision Pro-Preis ansetzen würden, aber man muss immer wieder sagen, Apple von der Haptik und von der Bedienung her waren die immer gut und wenn die ein Handheld rausbringen würden, auch so ein 1000-Euro-Bereich mit entsprechender, vor allen Dingen, die haben ihre ARM-Architektur super im Griff. Das könnte gerade in Sachen Effizienz nochmal ein ganz anderes Thema werden. Wie gesagt, da könnte man schon, glaube ich, nochmal eine ganze Sendung drüber füllen, aber wenn die auf den Markt kommen würden, dann würde es nochmal richtig lustig werden. Das siehst du, dann hoffen wir mal auf den, wie wird es heißen, iGame? iGame, iDeck, 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 das klingt wie iDeck. iClaw, iLi, man weiß es nicht, wie man das Ding dann nennen könnte. Hauptsache es kommt ein Ei drinne vor. Oh Mann, ich sehe schon wieder, die Zeit rennt wieder im Fluge, Lin. Aber es war wie immer wieder schön mit dir. Ach ja. Ebenso. Macht immer Spaß. Wir werden das definitiv wieder überholen. Spätestens, spätestens, wenn Apple oder Nintendo was ankündigt, dann stehe ich bei Lin sowieso wieder im Discord in der Warteschleife und lass klingeln, wir müssen reden. Dann werden wir uns auf jeden Fall nochmal wieder zusammenfinden. Also es hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht, Lin. Ich gucke dir auf jeden Fall Lucky Tower Ultimate an, die 10, 15 Euro. Die 10, 15 Euro, also gerade um schon allein dieses Studio-Solves zu unterstützen, habe ich mir das gehört. Ich habe mir wurde nicht bereut, die 10, 15 Euro haben wir so wie Vampire Survivors oder so ein Spiel. Weißt du, da willst du nochmal 10 Minuten spielen, am Ende sind es 5 Stunden. Macht einfach Spaß. So. Also, ich habe ihn mit einem guten Spiele-Tipp versorgt. Ich weiß, was jetzt handheld-technisch momentan so abgeht, mal wieder. Aus meinem kleinen Keller heraus sehe ich ja nicht viel, weil ich hier bei der Eva leider nicht war. Und ich bedanke mich auf jeden Fall an euch, liebe Zuschauer, fürs Einschalten. Und Lin, dir wünsche ich auf jeden Fall alles Gute und wir sehen uns vielleicht noch dieses Jahr wieder. Mal gucken, was uns noch erwartet. Ansonsten danke, dass du da warst und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, meine Freunde. dass du da warst. Und ich wünsche euch, dass du da warst. Und ich wünsche euch, Vielen Dank.